Mit dem Gadget des Tages sind wir jetzt bei Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind. Und Sie wissen, das Gadget des Tages, das ist immer so eine kleine Spielerei. Die braucht man nicht unbedingt, aber man sieht sie und dann will man sie einfach haben, weil es so, so toll ist. Und gerade dieses Gadget des Tages, schauen Sie mal an, ich zeige es Ihnen mal. Wie finden Sie das? Ein Kugelschreiber. Schöner Kugelschreiber, oder Karsten? Sieht klasse aus, oder? Ich mache mir auch gerade, hier sind so meine Notizen, schreibe mir so ein bisschen was auf, aufkrakelt, so ein wenig um, auf dem Zettelchen hier rum. Ach, das ist nichts, das ist nichts, will ich einfach so ein bisschen drauf rumgekrakelt, weil das Schreiben an sich geht natürlich mit diesem Kugelschreiber auch. Der hat eine schwarze Mine drin und ist voll funktionstüchtig, ganz klar. Aber das eigentliche Geheimnis bei diesem Kugelschreiber verbirgt sich im oberen Teil des kompletten Korpuses, denn Sie haben hier nicht nur einen Kugelschreiber, das wäre für 75 Euro und 91 Cent vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, ja, aber wir haben hier quasi einen vollwertigen Camcorder, der Videoaufnahmen bis zur Full-HD-Qualität aufnehmen kann, und zwar gewaltig aufnehmen kann. In dem Kugelschreiber verbaut. In dem Kugelschreiber. Wenn du hier mal schaust, ja gut, wir haben jetzt hier gerade den Halteclip vorne, wenn wir uns die Rückseite gleich mal anschauen, da siehst du zwei ganz, ganz kleine Punkte. Man muss es wissen und wenn man es braucht, muss man auch eine Brille aufziehen, bis man die überhaupt erkennen kann. Oben ist ein kleines Löchlein und unten ist ein kleines Löchlein. Auf den ersten Blick sieht das eigentlich eher aus wie das Design des Kugelschreibers hier. Oben ist die Kamera und hier ist das Mikrofon drin. Bis zu 128 Gigabyte kannst du hier speichern. Und damit du natürlich auch die Aufnahmen auf den PC bringen kannst, können Sie das Ganze abschrauben und haben hier den entsprechenden USB-Anschluss dran. Ist das nicht eine coole Angelegenheit? Irre, das ist ein richtiges James-Bond-Gadget. Ja, richtig, ja. Habe ich auch daran gedacht, als ich das das erste Mal gesehen habe. Das ist Spitzenklasse, liebe Zuschauer. Sie können natürlich auch jederzeit, und das braucht man mitunter schon mal im Büro, wenn man sich auch mal Daten mit nach Hause nimmt, um weiter zu arbeiten oder noch was zu ergänzen, kann man den auch ganz einfach mal als großzügig konzipierten USB-Stick ranziehen. Du kannst hier locker mit einer Micro-SD-Karte bis zu 128 Gigabyte Speicher reinpacken. Wow, das ist ja richtig viel. Überleg dir das bitte mal. Man muss ganz klar dazu sagen, Somicon macht also unterschiedlichste Gadgets in dieser Kategorie oder in diesem Design. Kugelschreiber, Feuerzeuge, überall dort, wo man alles erwarten würde, aber keine Kamera. Das hier ist allerdings jetzt wirklich auch die Edel-Variante. Das merkst du alleine schon, wenn du das Teil anfasst. Der ist schwer, der ist toll verarbeitet, der ist richtig schön griffig. Da steckt also wirklich sehr, sehr viel Know-how dahinter und der sieht sehr, sehr edel aus. Insofern 75 Euro und 91 Cent für so einen Kugelschreiber. Sie kennen das auch. In den Schreibwaren-Geschäften gibt es auch die Edel-Varianten dieser Geschichten. Da sind sie auch schnell mit 100, 120 Euro dabei. Am besten eine goldene Mine und all sowas, da können die Preise also explodieren. Hier haben sie aber nicht nur einen tollen Kugelschreiber, sondern auch noch eine Full-HD-Kamera mit drin, sogar noch mit Ton. Besser geht es meines Erachtens nicht. Und sowas hast du immer dabei. Ich wollte gerade sagen, das kann man ja überall mit hinnehmen, das ist ja ein ganz normaler Kugelschreiber und den stecke ich dann zum Beispiel einfach, ja Männer stecken das ja oft bei sich ans Hemd, oder man legt es auf den Schreibtisch oder irgendwo im Zimmer. Wenn Sie zum Beispiel ein Zimmer haben und Sie denken, kommt da jemand in mein Zimmer, das möchte ich gerne mal kontrollieren, legen Sie den Kugelschreiber einfach ganz normal zum Schreibblock auf den Tisch. Und dann, das fällt ja keinem auf, dass das eine Kamera ist. Da würde ja jeder denken, es ist ja auch ein Kugelschreiber. Du rechnest ja nicht damit. Ich sag mal, Kugelschreiber gibt es wie Sand am Meer. Der ist sicherlich edel, überhaupt keine Frage, aber es ist und bleibt eben ein Schreiberling. Und wenn der auf dem Tisch liegt oder von mir aus auch ganz einfach mal so in einem Schreibkästchen oder sowas drin steckt, den wird man als Kugelschreiber wahrnehmen, aber nicht als Full-HD-Kamera und erst recht nicht hier mit einem Mikrofon. Also ich finde den fantastisch. Und gerade auch für diesen Preis bestimmt auch mal eine tolle Geschenkidee, gerade jetzt hier kurz vor Weihnachten für einen Mann, bei dem man immer sagt, Mensch, der hasst eigentlich schon alles. Das ist doch mal ein super Gag. Kugelschreiber brauchst du immer, da machen wir gar keinen Hehl drum. Und wenn du jetzt auch noch hier einen tollen Kugelschreiber mit einer Kamera hast, die auch noch Full-HD-Qualität liefert. Ja, aber hallo. Ich würde mich darüber freuen, wenn du da eine Steife drum machst. Ich fände das klasse, wenn ich sowas zu Weihnachten geschenkt bekommen würde. Ich finde es einfach so toll, dass es sowas gibt. Und ich glaube, auch alle James-Bond-Fans müssen sowas einfach haben. Ja, genau. 75,91 Euro unser TV-Sonderpreis für Sie. Mit der Bestellnummer NX 4205 und der 569 können Sie jetzt bestellen. Einfach anrufen unter der 0180 51 51 3x2 oder auch im Internet bestellen unter www.pearl.tv. Der TV-Sonderpreis ist bis zu zwei Stunden nach der Sendung gültig. Wahnsinn. Also richtig tolles Teil. Gefällt mir richtig gut. Sieht edel aus und bietet Ihnen gestochen scharfe Bilder.